Wie ist das Betonen oder Organisieren der Jugend? Wie ist das Betonen, die eigenen Liebesfähigkeit zu verfahren, als Jugend es tun kann? Alter findet immer leicht die Jungen altklug, aber Alter ahmt selber immer gern die Gebärden und Arten der Jugend nach, ist selber fanatisch, ist selber ungerecht, ist selber alleinselig machend und leicht beleidigt. Alter ist nicht schlechter als Jugend, Lao Tse ist nicht schlechter als Buddha, Blau ist nicht schlechter als Rot. Alter wird nur gering, wenn es Jugend spielen will.